So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Die brandneuen und aktuellen Viererpacks von Kinderüberraschung, Paffpantroll ist da. Ja, ich mache sie immer seltener auf. Warum? Die Alten, die waren cool. Wer kennt sie nicht? Die Schlümpfe, Turtles, Happy Pops, wunderbar. Aber diese Bastelfiguren, okay, es ist was Neues. Der eine oder andere sammelt sie, obwohl ich die gar nicht zum Sammeln finde. Aber ich wollte euch die Neuen präsentieren. Ein Viererpaket, weil zwei Figuren auf jeden Fall drin sind. Und das sind die Paffpatrolls. Ihr seht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Figuren gibt es. Ich weiß nicht, ob ihr sie sammelt. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Bin ich echt neugierig, warum da draußen welche sind, die sie sammeln. Und welche beiden Figuren ich jetzt hier drin habe. Da bin ich selbst gespannt und zeige ich euch das natürlich. So, wir haben... Knacken. Dunkles Eindrinne. Eine Figur. Jawohl. Aber ihr wisst ja, ihr kennt die Videos von früher von mir. Erst die Schokolade probieren. Okay, da hat sich die Jahre gar nichts geändert. Das ist auch gut schon. Aber wie ich sage, wenn ihr gerne so alte Figuren gucken wollt, schaut auf meinen Kanal unter Ü-Eier. Perfekte Videos, wie ich finde. Schokolade ist wirklich ein bisschen lecker wie früher. So, jetzt kommt's. Müsste eine Figur sein. Ist ein dunkles Ei. Ja, und diese Bastelfiguren. Da bin ich absolut nicht der Fan von. Ich weiß nicht, warum. Wie geht es euch? Dann könnt ihr jetzt immer in diesen App mit einbinden. Dann könnt ihr damit spielen. Ich sag lieber nichts. So, das ist der Kopf. Der kommt nach da hin. Dann kommt hier. Die ist von vorne dran. So. Muss man ein wenig fester drücken. Okay. Und das jetzt hier hinten drauf. So, ihr habt's gehört. Es hat ganz laut geklickt. Dann ist es fest. Aber jetzt ganz ehrlich. Wie findet ihr ihn? Was haltet ihr davon? Seid bitte ehrlich. Auch wenn ihr sie nicht sammelt oder nicht sehen. Aber alle anderen, schreibt es mir in den Kommentaren. Jetzt finde ich es so. Sammeln würde ich? Nein. Weil es fühlt sich nicht irgendwie echt hochwertig an. Aber es ist ein Ponton. So. Das zweite Ei. Auch ein dunkles Ei. Und das wäre jetzt verdammt. Merk für die ersten zwei Eier. Und schon. Die Figuren. Ich muss die Schokolade nischen. Ja. Erst zwei Eier. Wäre natürlich cool, wenn da mehr drinne wären. Aber gespannt. Aha. Dieses Teil. Kommt jetzt irgendwie. Ah. So da rein. Feste wieder drücken, dass es auch zusammen ist. Da unten, seht ihr. Kommt so eingehakt. Passt natürlich nicht. Schräg runter. Ah. Da müsst ihr aber euch helfen lassen. Also hier habe ich jetzt richtig Probleme. Aber ihr habt es gehört. Es hat knack gemacht. Obwohl da noch Spalte sind. Und dann kommt dieses Teil von hinten. Richtig fest da reingesteckt. Und da habt ihr den nächsten Pappen zu holen. Okay. Ist immer noch nicht meins. Aber guck mal in die nächsten Eier rein. Und vielleicht haben wir sogar drei. Hatte ich ja schon mal. Ist immer schon Jahre her. Ah. Ist heller. Keine Schokolade abgebrochen. Ich kann nicht naschen. Was haben wir hier? Ein Steckroboter? Sieht so aus. Füße, Oberkörper zusammen. Das wird dann von vorne so da reingesteckt. Und dann soll das hier sein rauf. Da unten ist ein Schlitz. So. Das ist die Figur. die da drinne ist. Was haltet ihr davon? Ist auch höher wie ein Papppatton. Dann kommen wir jetzt zum vierten und letzten Ei aus diesem Viererpack. Auch kein dunkles Ei. Was aber viel schlimmer ist. Keine kaputte Bruchstelle. Ach doch, da ist ja eine. Und das kann ich nicht machen. Was ist das denn? Ach, da gehört dabei. Seht ihr? Und jetzt habe ich den Flamenco. Flamenco. Auch wieder feste zusammendrücken. Da ist er. Schön bunt ist er. Ja, witzig ist er. Irgendwo eine Blumen mit reinstellen. Da ist ein Pinsel. Könnt ihr was machen? Ja, ist ein Stempel zum Malen. Aber irgendwo im Blumenkasten stecken, dann passt das schon auf jeden Fall. Also, das waren die neuen Viererpacks Ü-Ei oder eins davon mit Papppatton. Ich werde natürlich irgendwas von Papppatton unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig und was anderes. Tut mir leid. Ü-Ei verlinke ich nicht. Was anderes. Damit könnt ihr auf jeden Fall mehr spielen. Aber nichtsdestotrotz, ich werde jetzt noch eine andere Kameraeinstellung machen. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, ich verlinke euch irgendwas von Papppatton. Sicher, bequem und günstig. Und wenn ihr den Link benutzt, danke dafür, unterstützt ihr meinen Kanal. Ja, und jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Ihr und eure Familien und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.